Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Einen Tag zu spät, aber egal, besser spät als nie. Es geht um das kleine Gewinnspiel, was ich gemacht habe. Und ja, ich habe ein kleines Randomizer-Programm geschrieben. In ZAMP habe ich dann random gemacht. Und ja, wer hätte das gedacht? Und wenn wir hier die Kommentare auflisten, dann kann man sehen, dass der erste Beat-For-Le-Vide ist. WTF? Das ist nur eine Antwort auf den zweiten, dritten und vierte. So, und das Ding hat mir doch tatsächlich eine 3 rausgespuckt. Heißt, der Gewinner ist der da. Die kriegen einen Finger. Hier, da, da, Finger. So, ja, du hast jetzt ein Designgut. Und du hast das Video, denke ich, mal gesehen. Hier Steam, yay. Und ja, melde dich bei mir per PN. Und herzlichen Glückwunsch und mögen dich alle hassen. So, das war ein kurzes Video und bis zum nächsten Mal. Tschüss.